Wo kommt er her? Wo kommt er her? Hey, ich hab Schiss, gell? Da. Ist ne Leiter. Komm ich da raus? Nein. Scheiße. Scheiße. Ach komm, verarsch mich doch mal. Nein, 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 nein. Du Judas. Nein. Nein. Ah, fuck. Mii, ich bin so tot ey. Wir gehen diesmal rechts, nicht links. Ne, Moment, ich bin eben rechts gelaufen, oder? Ich hab jetzt schon von irgendeinem Team verloren. Ne, ich bin da lang gelaufen, genau. Wir gehen jetzt nach rechts. Oder? Oh, ich hab's mir nicht gemerkt, ne? Ich bin da lang gelaufen. Ah, es ist gemächlich vorbei. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bin schon da gekommen? Glaube schon Ist das dein Ausstieg? Bitte sei ein Ausstieg Der auch geht Verflucht der Mist Alles nur tote Enten Wie soll ich denn Hier rauskommen? Nein Ich verbrauche garantiert meine ganze Batterie hier Fack, fack Dieser Ausstieg geht nicht Ich will nicht Ich will weg hier Irgendwo muss es doch aber hier rausgehen Toller Mist Habe ich jetzt deine Batterie umsonst hier verblümmert? Hier geht es auch nicht durch Na toll Wo geht es denn hier raus? Die Leiter geht ja offensichtlich nicht Hätte ich doch in die andere Richtung gehen sollen Wo da Female Ward stand Ich hätte gedacht ich müsste hier an den Ventil was gehen Aber das geht ja auch nicht Ich bewege mich jetzt mal schneller da hinzu Und dann versuchen wir mal Na? Na? Ich komme nicht zurück Aber wo soll es denn hier weitergehen? Wieso kann ich denn hier nicht wieder raus? Wissen Sie was? Ich lasse mich jetzt von dem extra töten Damit meine Batterie wieder aufgeflüchtet ist Ich müsste doch langsam in seine Arme laufen, oder? Komm mal her, töte mich Töte mich Töte mich Töte mich, los Ja komm, schlaf mich Lach mich doch kaputt Also rechts ist nur Wand Links ist der Klotz Aber wie kommt man denn dann raus? Na, ich versuche es halt noch einmal Guck dich, da habe ich wieder mehr Batterien Schönen von da Schönen von da Ich höre den irgendwo Als ob der sich auf mich zubewegt Kann das sein? Da ist er Vermut ich jetzt mal In diesem Wiederschein Wurde er mir gezeigt Wie komme ich hier raus? Es muss doch einen Weg geben, oder? Oder hätte ich doch An der Rischung doch gehen sollen Na, ich versuche es erstmal Und ansonsten kehre ich dann um Ich bewege mich ganz langsam Slow and steady Da ist eine Leiter Das habe ich auch gesehen Aber irgendwie Kann ich die nicht erreichen Jetzt hätte ich gedacht Dass ich dadurch raus kann Scheine aber nicht zu gehen Also muss es woanders noch In der Lange Da bin ich gekommen Als ob das keinen leer macht Gut, neuer Versuch Okay, an den Wänden ist nichts Man muss Es gibt nur das eine, aber Wo ist er? Da bewegt sich was Kommt der hier her? Da ist er Oder? Komm schon Du bist das doch, ne? Ich sehe gar nichts Und ich habe Schiss Vorwärts zu gehen Wenn sich diese Schritte Doch mal nur entfernen könnten Man scheint dauernd auf mich zu Ja, toll Ich verblendet hier meine ganze Batterie Nur wegen diesem Jadag vom Alkafeld Warte mal Muss ich da? Ich habe es kapiert Wie ich hier rauskomme Nein Nein Oh Ich habe es geschafft Ausgedriggst du Babsack ey Das feiere ich gerade hart Wer? Ey komm Nääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääے Töte mich Tö nein Was war denn das für ein Held? nein nein scheiße scheiße jetzt habe ich die batterie verschwendet kommt der typ noch mal und sollte mich jetzt töten scheiße ich wollte doch nur die kamera schließen habe batterie verplempert das ist jetzt nein nein komm ich habe auch dauernd batterien verplempert irgendwie werde ich es hinkriegen oder kannst du mich töten kannst du mich töten nein ja gut aber jetzt sollte ich aufpassen dass ich das nicht wiederhole was ist mit dem los da oder ab wo vor hier schreien sie schon wieder wie am spieß ja was wo ok 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 hey eben hatte ich aber gerade böse frame einbrüche muss mich mal raten da komme ich dann auch wieder raus eben hatte ich aber gerade böse mit der mit den frames zu kämpfen erreiche den haupt was das hauptgeschoss der männerstation ach so hat x gedrückt bewege dich vorwärts und schieben sowas hätte ich eher gebrauchen können als ich bei diesem fettkloster durch musste na toll hier sieht es wieder aus stehen wir sie bei der männerstation hat ja eine so eine periode gehabt ich bin nur auf der so nach batterien don't mind me hier leid nix das trinkt aber im bad mehr forderlich hey so viel blut hier geht es nach oben aber ich will kurz vorher schauen ob ich hinten nicht irgendein da kommt gleich einer und will mich schlagen oder was was geht hier ab was geht hier ab garantiert sieb ich jetzt da nicht ich geh anders lang ich geh nach oben da war doch eine greppe da gehen wir jetzt hoch ach nee ach so warte mal das ist nur eine tür ne verflucht der mist ich werde da gerade das leise gefühl nicht los dass ich mich dann ratzefatz verstecken muss wenn ich jetzt da gleich schiebe weil schon wieder so ein abschnitt ist ich habe es im gefühl ich kann nicht durchgehen warum hat denn da einer eben so dumm wie so ein männer bekloppt oder trofum gehämmert ich bin aber immer noch paranoie wegen dem was da im keller passiert ist mit den generatoren aber gut wenn ich mal batterien hätte jungs nur weil ich verzehentlich auf die falsche tasse gedrückt du scheiß was ist hier passiert ich muss glaube ich nach oben gleich weiter ich muss glaube ich nach oben gleich weiter oh ohne notiz geh immer her öhhh was haben diese Ärzte mit diesen Leuten gemacht Was haben die mit diesen Leuten hier gemacht? Ist ja widerlich sowas Das sah aus, als ob das gleich kaputt geht Der reißt sich gleich los, oder was? Scheiße, 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 ne? Das ist das Experimental! Ja, ist eine Jute! Komm schon, komm schon, schiep, 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 schiep Kann ich schieben die Abhound? Und nun? So, ich soll das wegschieben? Ob das sinnvoller? Wieso darf ich mich selbst hier nicht einspüren? Weg, 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 weg Nicht schnell zumachen Los! Schiep, schiep! Okay Und ich hau ab, tschüssi Alter Nein! Alter! Renn, 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 renn! Tja So wie es den Anschein hat, komme auch ich hier wieder nicht weiter Es sind lauter Bekloppte unterwegs, die mir an die Kehle wollen Wird es mir gelingen, dass ich diese Flucht doch durchstehe, oder nicht? Nachdem ich so lange in der Kanalisation gekämpft habe Das alles noch mehr erfahrt in der nächsten Folge Vergesst nicht, Bewertung und Kommentar zu hinterlassen Und ich bin hier raus Peace out! Und ich bin noch nicht dauter Bewertung und Untertitelung des ZDF, 2020